Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei City Vision 2. Und jetzt machen wir eine Hauptvision weiter. Nachdem wir unsere Muni aufgefüllt haben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Achso, ja stimmt. Das war ja das mit dem Streckel. Ach, die jagt doch eh wieder bloß irgendwas in die Luft. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Kann man diese Verstärkungsanforderung abstellen eigentlich? Audio. IP Telefonie? Barrierefreiheit. Spielablauf. Verstärkung von Agents in unserer Nähe erhalten. Freunde und Clans. Verstärkungsanforderung abgelehnt. Ja, genau. Scheiß Nervensägen. Ich weiß gar nicht, warum da ständig Leute Verstärkungsanforderungen schicken. Ich meine, wenn sie allein spielen wollen, sollen sie allein spielen. Wenn nicht, dann sollen sie sich eine verdammte Gruppe suchen. Ja, aber ich spiele ja auch alleine und nerv nicht ständig, wenn ich sterbe andere Leute. Ist halt dann so. Stirbst du halt, fängst du noch an. Ist das ein Gegner? Boom. Oh shit. War die beste Idee des Tages. Komm schon raus bitch. Oh fuck you. Hä? Alter. Ja dachte er. Der geht in Stellung und kann dann plötzlich sich einfach drehen. Ist du nicht verarscht? Das fand ich schon ein bisschen komisch, dass er sich so anlehnen kann und dann sich einfach plötzlich weg gehen und drehen kann. Genau wegen sowas hat er doch so eine fette MG, dass er so stationär benutzen kann oder wenn er still steht und dann plötzlich kann er damit laufen. Sie müssen uns den Strategen der Outcasts bringen. Ich beziehe Stellung am Haupteingang. Agent Sie gehen zum nordöstlichen Tor. Wenn das nordöstliche Tor und der Haupteingang dicht sind, kann er nicht raus ohne einem unserer Teams zu begegnen. Oh, oh, oh. Was ist die denn da lang? Agent, da packt ein Fahrzeug auf einem der einziehbaren Poller vor dem Tor. Wir könnten die Poller anheben und das Auto als Rambock verwenden. Ich bin drin. Der Haupteingang ist sauber. Was zum Geier. Bleib hier. Ich geh nachsehen. Hey, hinter dir. Hab ich das gar nicht mitbekommen? Agent, Sie müssen den Hauptfluchtweg abschneiden. Eliminieren Sie die Boote, die südwestlich Ihrer Position anlegen. Ich behalte den Haupteingang im Auge und sorgte dafür, dass er nicht wieder reinkommt. Also, vielleicht. Ich glaube, da versucht sich so eine Bitch oben rum anzuschleichen. Kann das sein? Nein, da ist er. Warte. Kann ich was ziehen? Aha. Blöd, dass wir jetzt Knarren haben, was? Diese Knarren, die hat jetzt schon die ganze Zeit Knarren. Das ist ja keine Scheiße. Beschäftige mich selber. Wo ist er denn? Da ist er. Immer noch. Immer noch in seiner alten Stille, die kleine Bitch. Na? Oh, er hofft sich doch gleich wieder zu ducken. Das geht doch nicht. Oh. Wo? Du bist ein kleiner Trottel, kann das sein? Fuck. Wo? Warte mal, ein Scharfschütze kann das sein? Ja. Kleiner Hixer. Oh, ist das eine gute Idee gewesen, so weit vorzulaufen? Oh, scheiße. Eher weniger. Ah, shit. Was trifft mich da? Oh. 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 Hier ist alles voller Pinzi. Lassen die die Dreck sowas. Hä? Oh. Oder auch nicht. Huh. Oh. Wo ist da das Echo? Da unten. Ich will da hin. Komm ich da hin? Ich hoffe ich komm da hin. Nein, oh man, oh fuck you, oh shit. Hä? Ich will hoffen, dass die wissen was sie tun. Nein! Zu spät. Ach doch ne. Die Autos werden überlebt. Wenn jetzt greifen wir ihn an. Das ist halt gut. Das Ding ist auch im Arsch. Oh scheiße. Hä? Du bist denn ja wo gerade stirbt? Oh scheiße. Oh shit. Oh shit, das ist ein Wunder, oder? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wie viele von den Bitches kommen denn noch? Da ist er! Was zum Teufel? Warte mal, hat die vorhin überlebt, ne? Die hab doch getötet. Scheiße! Okay, ich sicher das Ding! Hä? Was ist denn der? Der ist sicher draus? Da ist einer! Schnapp sie dir! Knall die Mine ab! Na, den Scheißdreck machen die! Fündlicher Treffer! Läuft doch! Läuft doch! Halt! Da! Da sind jede Menge Feindziele an der Anlegestelle! Die sichern die Boote! Sie warten wohl auf den Befehl zum Ablegen! Wenn der Stratege auf eines dieser Boote kommt, erwischen wir ihn nicht mehr! Machen Sie weiter! Sie sind fast da! Ja, so viele sind jetzt da ohne mehr! Wir finden alle! Deswegen stehe ich vor aller Nase! Die zwei! Ich bin daal. Die zwei, die Vorsprache! Die zwei, die Vorsprache! Die vier! Irgendwo ist wieder so ne Klang der Butsch ey Geh bloß weg von mir, ich schau wieder dich Wie liegt noch? Langsam Hahaha Was war das? Warum soll das, der Platz hier unten? Boah, alter Hehehe, ich konnte den Kopf sehen Weil du das scheiß Ding wärst Bitch Oh Gott Was war das jetzt? Nein, nein! Worauf wartest du denn noch? Halt dich! Nein, 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 was machst du denn? Was? Warum kennest du da drüber? Ohhhh Warum? Ich hab Kreis gedrückt, damit er nach vorne Und runter springt und nicht achte Boah Ich hasse das, dass der beim Rückwärtsgehen nicht automatisch runter geht Das ist zum Kotzen ist das Die warten wohl auf den Befehl zum Ablegen Wenn der Strateger auf eines dieser Boote kommt Erwischen wir ihn nicht mehr Machen sie weiter Sie sind fast da Nein, das muss ich so schaffen Das Ziel versteht sich Ich gar nicht, boah Tut schon Sie sind fast damit Sie sindっと Hä, warum Aber was schnappt ihr den Wichser ? Hallo? Na dann sag doch, dass du nicht hinkommst. Oh ist das jetzt Bucky oder was? Was soll denn der Scheiß? Warte. Ja, den hätte ich nicht vergessen. Ich schieße doch direkt auf den. Warum treffe ich den denn nicht? Ist doch ein Scheiß Witz. Ist doch das Spiel jetzt langsam. Von mich sehe ich seinen Scheiß Schädel treffen oder nicht? Dämlicher Wichser. Ich schieße. Scheiße. Die Guns. Noch mehr Auflagen. Wir sind einer weniger. Komm schon. Da. Schau. Warum geht der bei mir runter? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist einer dieser Wichser da oben. Scheiße. Ja. Ich schieße den ganzen Tag. Ja. 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 Das ist nicht so. Ja. Oh. So, so geht es. Scheißärsche. So, jetzt will ich endlich wissen, was das scheiß Goldene ist, was da oben ist. Waffe, Waffe, Waffe. Wow. Geil. Ich bin begeistert. Sie sind fast da, Agent. Hoffentlich nicht zu spät. Boah, schon. Ich bin bloß gerade leicht enttäuscht. Hey, Bitch. Scheiß auf euer System. Achtung, ich verzeichne viel Bewegung in Richtung der Boote, aber keine Spur vom Station. Fuck, 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 fuck. Agent, Feindziele bewegen sich zu dieser Position bei der Anlegestelle. Augen auf. Was? Was, 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 was? Nein, 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 das ist nicht gut. Kann ich die zerstören? wow ok so können wir nicht zerstören was ist jetzt passiert ach so ja brandpfeile heilige scheiße was für ein wichser ach so was wir haben auch nur sprengstoff gelagert so schleicht doch hier mal auf ihr kleinen wichser da ist er ich schütze es nach kopf immer verstehen du kannst du erzählen dass die plötzlich alle ich bin ja dabei das war doch mal ich hab alle gekillt ok ah fuck you ah fuck you ah Mist Sie greifen von allen Seiten ab ich kann nicht Agent auf Booten Kalso 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 Scheiße Agent Kalso antwortet nicht mehr Verflucht Kalso Okay Leichte Planänderung Die Boote sind Geschichte Also sollte das Ziel noch immer drin sein Wir müssen dafür sorgen dass er nicht an uns vorbeikommt Okay so schafft es schon Und und Vielen Dank.